Sem Eisinger kann es wohl immer noch nicht glauben. Am Samstag flimmerte das große Finale von der SDS über die deutschen Bildschirme. Neben dem Musiker standen auch Loren Perischer, Kian Seepir Youssef Baik und Monika Gayek auf der Bühne, um ein allerletztes Mal ihr Können unter Beweis zu stellen. Am Ende des aufregenden Abends stand dann fest, Sem ist Deutschlands neuer Superstar. Dabei hat er anfangs gar nicht an seinen Sieg geglaubt. Ganz ehrlich, ich habe gar nicht damit gerechnet. Aber das weiß auch jeder, der dabei war. Die haben auch alle gesagt, glaub mal ein bisschen mehr an dich selbst. Ich bin da nämlich total unsicher gewesen, verrät der Sänger im Interview mit Promiflash. Dennoch habe er sich danach sehr gut gefühlt. Ich war überwältigt und auch wirklich überfordert. Das meint man gar nicht, aber das ist wirklich so eine Gewalt, die auf einen zukommt, darauf hat man die ganze Zeit hingearbeitet. Nach seinem spektakulären Sieg war die Freude dafür umso größer. Ich bin glücklich und happy. Und ja, auch stolz kann man sagen, dass ich für meinen Dad, für meine Familie, gewonnen habe, erzählt der DSDS-Sieger voller Freude. Okay? Und jetzt geht es schon mal. Untertitelung des ZDF, 2020